Die Entscheidungsblaupause oder der Decision Blueprint hilft Ihnen dabei, Entscheidungen zu treffen und wichtige Ergebnisse festzuhalten. Um diese zu erstellen, klicken Sie im Menü auf die drei Punkte neben Erstellen und wählen im Dialog Entscheidung aus. Dann klicken Sie auf Weiter. Der Dialog Entscheidung verfolgen erscheint und hier wählen Sie den Status Nicht gestartet, in Arbeit oder entschieden aus. Tippen Sie in dem Feld Entscheidung ein, was entschieden werden soll und geben Sie dann den Besitzer der Seite an. Sie können auch weitere Beteiligte eintragen und ein Fälligkeitsdatum angeben. Im Feld Hintergrund können Sie weitere Einzelheiten eintragen, die für die Entscheidung wichtig sind. Klicken Sie dann auf Erstellen. Hier sehen Sie nun die erstellte Seite und in der Randleiste die Verknüpfung zur Entscheidungsprotokollseite, die als Index dient und alle Ihre Entscheidungen in dem spezifischen Bereich auflistet. Klicken Sie dann auf Erstellen.